Einmal Glas fertig, ein Kupferbarren, Bronze, Bronze, Bronze? So, jetzt Gummireifen fertigen, bestätigen, zwei Stück, Glas, ein Gummireifen, zwei Gummireifen, Glas haben wir nicht, genug. Gummireifen, bababah, Fallenkiste, Dauert noch, es ist 17 Uhr. Ich bin am überlegen, wollen wir nochmal Passagier in eine Höhle reingehen? Ja, bezahlen wir. So. Oh Gott. Wir sollten die mal zurücksetzen lassen. Beenden. Möchtest du 20 bezahlen? Ja, bestätigen. So, alles neu. Okay. Stein, Erde, Sand. Und... Datendisk. Haltet Thermoskanne. 15 Meter in diese Richtung. Was macht ihr denn für komische Geräusche? Weil das Erde und Sand ist oder was? 13 Meter. 20. 14. 16. Gut. Dann klopfen wir uns mal hier runter. So. So, und weiter geht's. Da war doch gleich... Hier in der Nähe noch eins? Nein? Doch, da oben. So, jetzt aber... Ach, schon wieder Sand. Erde. Na, endlich Kupfer. Karapierendes Pferd. Oh, hier oben. Oh, hier oben. So. So. Dann hoch da. Dann haben wir noch 200 Ausdauer. So. Dann haben wir noch 200 Ausdauer. immer schön weit. Der Graben. So. Oh, das geht ja richtig weit jetzt nach da hinten. 18 Meter. 18 Meter. 12 Meter. Dann endlich mal wieder ein bisschen Stein. 6 Meter. Brillenglas. nochmal ein galoppierendes Pferd Fernbedienung auf dem Joypad wieder oder irgendwie sowas in der Art Joystick Teil 2 Komisches Glasgefäß Wir haben noch knapp 100 Ausdauer, es ist 21 Uhr Was ist das? Angelhaken? Okay Halt die Sprechanlage, ach so, okay Für die Telefonzelle Ich hoffe nur, mir geht nicht irgendwann Kupfer und so aus Wasserbehälter 5 Meter Erde Zinn Schaut wieder nach dem Brillenglas aus Nein, was ist das? Nochmal Sprechanlage Ich wähle Scheibe Nochmal Da unten Wir haben noch 30 Ausdauer Das könnte ein bisschen knapp werden Erstmal einstecken Ah, ein Sofa Zwölf Ausdauer noch 23 Uhr Acht Meter diese Richtung, das könnten wir sogar noch schaffen 1, 2, 3 Hat noch gezählt, okay Ruinen Eingang bestätigen Dann müssen wir jetzt ganz fix nach Hause Dann schlafen wir eine Runde, dann Dann müssten unsere Gummireifen auch fertig sein Wobei Wobei, wobei, wobei Gummireifen Die fertigen wir einfach jetzt mal noch schnell Die fertigen wir einfach jetzt mal noch schnell Und das Glas Fertig Fertig Tanken wir hier nochmal voll Holz rein Fertigen Fertigen Holz rein Fertigen Holz rein Fertigen Holz rein Ratholz bestätigen Energiesteine haben wir genug drin betreten unseren Job so und ab ins Bett ding 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 aufstehen ein neuer Tag bricht an Post Post ist schon mal schön oh wir haben nicht mehr genug Hartholz Kupfer Passagiere wo wollt ihr denn hin springen wir erstmal Töfte Faltestelle Schneidemaschine auswechseln einfacher Ofen Wasser Tank Schleifmaschine Lerner Lerner und wo war das andere Banner Okay damit haben wir das gelernt Ist das jetzt in unserem Buch mit drin Töf Töf Nein Gucken wir mal schnell ist das hier mit drin Neu 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 Klaas Kupfer Drahtholz Ok Pigmente Hartholz Diele Das Ding kann ich schon mal fertigen Kupferdraht hätte ich Holz auch Glas wird gerade gemacht Dann gucken wir mal zum Briefkasten Schon wieder so ein eiliger Passagier Forschungsergebnisse Wir haben die Forschung für den Bauplan abgeschlossen Hier industrieller Ofen Danke Lieber Handwerker Lieber Handwerker Gestern hast du uns dabei geholfen Bei der Inspektion Produkte zu untersuchen Wir danken dir dafür Ja hast du ein kleines Dankeschön für deine Zeit 4 Energiesteine und Härtungsflasche Oder irgendwie sowas Danke Hallo Handwerker Ich habe einen Plan entwurfen Um Straßenlampen in unserer Stadt aufzustellen Wir haben zu viele Beschwerden über die schwachen nächtliche Beleuchtung Ab morgen wird die Stadtregierung 4 unabhängige Aufträge für Straßenlaternen bei der Handelsbitte erfülle sie so schnell wie möglich Ich weiß auch Ok Machen wir doch gern Und schauen wir mal 7 Uhr Es ist echt dunkel hier Gerade Öffnungszeiten von 8 Kriegen wir in der Zeit noch Das Glas Ich gehe nicht davon aus oder? Ne Dann mal schnell Wir werden uns noch ein paar schöne Aufträge an Land holen Anthony Schon wieder ein TÜV TÜV fertig Ja Ja Immer noch in hoher Qualität Gute Arbeit Danke Das bringt schönes Geld Die Dinger habe ich doch untersucht Moment Hier sind neue Dinger Zum Untersuchen Komm Komm Dann Das ist schief Und Oh Oh Das war Glück Ich wollte das Ding drehen Ähm Na Dann ist das falsch Und hier ist falsch Bestätigen Schon wieder die Trommeln Das Bein muss ab Das Bein muss ab Ah Die Dinger sehen Für mich so derartig gleich aus Abstand passt Was ist der Ring hier? Ein bisschen größer Bestätigen Okay Einmal Das Ding ist krumm Und Bestätigen Gab es sonst noch was hier? Nein Antiax Gilde Es werde Licht Es werde Licht Es werde Licht Sind das alles die gleichen? Zwei Laternen Zwei Laternen Zwei Laternen Bitte Zwei Laternen Bitte Zwei Laternen Ja Dann brauchen wir halt zwei Laternen Kann ja nicht so schwierig sein Ganz kurz mal schauen Wie viele CDs 21 Könnten wir doch eventuell wieder was Neues lernen wieder was Neues lernen Okay, da soll eine Laterne hin Tobi Tobi verkauft Fisch Lassen wir erstmal Habt ihr sonntags geöffnet? Hallo Petra Hallo Hallo Was hab ich dir gesagt? Die CDs sind großartig Ja Ja Hast du etwas Neues gefunden? Ja Es sollten genug Datadisks sein Zudem, wenn du unsere Forschung willst, kannst du mehr Datadisks Je mehr Daten, desto schneller wir arbeiten Gib ihr noch 15 Gib ihr noch 15 Nö, 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 passt schon Die Datenkontaktionen auf diesen Desken sind minimal Es sollte eine nutzliche Info auf ihnen sein Ich hoffe, dass ich etwas für dich für dich Danke So, was wollten wir jetzt Die Dinger an der Gruselhöhle machen Da hatte ich ja glaube nur Glas gebraucht Doktor Xoo Und dann Straßenlaternen Da Müssen wir mal sehen, was Da an Material gebraucht wird Da 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 Das Ich glaube, ich brauche mehr Glas ein glas noch okay dann schauen wir erst mal nach den straßenlaternen die könnten dann eventuell wieder hier drin sein Ah, Ofen Eisenerz Stahlplatte okay ein einfacher Ofen werde ich mal lieber erst mal den bauen komm du blödes glas werd fertig Straßenlaternen Steinhopper Okay Steinhocker Moment Ach, ich habe wieder ein Buch bekommen wo der Bauplan drin ist Straßenlaterne Bestätigen Okay ist nicht drin Bronzeplatte Marmordiel fertigen Bronzeplatte Ja Straßenlaterne Kupfer Jawoll habe ich Glas Okay wir müssen mehr Glas herstellen Abbrechen Ja Auf tanken Ja Fertigen Abbrechen Ja Glas Fertigen Zwölf Auftanken Fertigen Auftanken Auftanken Bestätigen Bestätigen Auch So themh w STAHR wie war das Kupferdraht hätten wir Bronzeroche haben wir auch Glas Das ist noch nicht genug. Dann, was machen wir denn dann jetzt? Kurz mal im Kalender schauen. Sonntag, Frühling, nix steht drin. Oh, Charakter, ich hatte doch wieder ein Level Up gehabt. Bohren und Kettensägen. Verringert die Materialkosten. Anwenden. Ähm, ja. Marmordielen. Marmordielen hätte ich vier Stück. Irgendwo. Marmordielen, drei Stück. Marmordielen, drei Stück. Schauen wir mal, ob wir die Marmordielen haben wir schon gefunden. Sehr gut. So, und jetzt... Bronzeplatte. Bronzeplatte. Davon haben wir natürlich nie welche über. Glas, Glas, Glas auch nicht. Da, da, da. Bam, bam. So, ein Telefon. Eins, zwei, drei. Da hätten wir ein Telefon. Fertig. So, ein Telefon. Wasserbehälter. Wasserbehälter. Komisches Glasgefäß. Teil 2.